Das ist für dich, Grasmutter. Ganz viele weiche Brötchen. Schön, dass du dir da bist, Heidi. Und eine grosse Wurst für dich, Peter. Danke. Grasmutter! Grasmutter! Heidi, Heidi. Guten Morgen, Schwendi und Pärli. Hey, Dari, komm! Ei! So, und das ist deine Hälfte. Danke. Danke, Guillaume! Danke. Untertitelung des ZDF, 2020